hallo und herzlich willkommen zu unserem neuesten video nicht erschrecken ich bin hier jetzt irgendwie zweimal im bild aber ich der aktuelle michel bin nur einmal kurz da um euch zu erzählen worum es in diesem video gehen wird wir fahren mit dem fahrrad in die hauptstadt chinas nach peking machen dort ein bisschen sightseeing auf dem weg dorthin wird olga im sinwil talk machen und euch sagen wie es wirklich auf so einer langen und intensiven reise läuft und in peking haben wir einen ziemlich coolen warm showers host gehabt mit dem wir eine menge spaß gehabt haben vergesst bitte nicht dem video einen daumen nach oben zu geben und unseren kanal zu abonnieren wenn ihr das noch nicht gemacht habt und jetzt viel spaß mit dem video ziemlich nice schönes bier jetzt auch weiß ich auch nicht cracker salzig genau das richtige nach über 100 kilometern auf dem rad also wir sind auf jeden fall in der nächsten provinz jetzt gelandet wir sind jetzt in hibai haben shanxi verlassen und ja sind auf dem weg nach shijia juong wo wir unseren couchsurfing post haben die luft ist heute so dermaßen scheiße das hatten wir bisher echt noch gar nicht in china dass es so schlecht ist absolut ja das erste mal merkt es richtig in der lunge beim atmen man merkt es echt nummer eins press the left button of the bottom ok ok turn the light screen will be on dann und dann press the right button of the bottom ok ok wow wow ist unser apartment ok halloo wow 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 Wir sind heute Morgen bei unserem Couchsurfing-Haus Bill losgefahren und wir haben ihn tatsächlich nicht getroffen. Wir haben gestern Abend nur einmal mit ihm telefoniert, quasi kurz gecheckt, dass alles gut ist, dass wir gut angekommen sind und ja, er meint, wir sollen uns wie zu Hause fühlen und alles kein Problem, alles easy, ziemlich spannende Erfahrung. Ja, unsere Frage ist, oder unser Gedanke war, würden wir das auch machen, würden wir unser Apartment oder unser Haus auch einfach so irgendeinem fremden Menschen übergeben, ohne ihn vorher getroffen zu haben und ohne ihn auch quasi jemals zu treffen im Endeffekt. Ja, wir haben gesagt, ja, wahrscheinlich würden wir es schon machen, weil wir den Menschen einfach entsprechend vertrauen und insbesondere auf Couchsurfing kann man sich halt auch die Reviews und so weiter durchlesen von den Leuten. da hat man schon eine ganz gute Vertrauensbasis und daher, ja, würden wir es glaube ich auch machen. Und jetzt die Frage an euch, würdet ihr das auch machen? Euer Haus, euer Apartment, eure Wohnung über Couchsurfing an jemanden Fremden übergeben, wenn ihr nicht da seid und ihn quasi irgendwie an den Schlüssel zukommen lassen oder in unserem Fall jetzt den Couch, mit dem man da zutritt, zu dem Apartment bekommen hat, schreibt das mal in die Kommentare. Wir sind gespannt. Wir sind gespannt. Bis zum nächsten Mal. Musik Wir haben uns mit Gemüse auf der Straße gefunden, hat jemand wahrscheinlich verloren, Auberginen, Kurken, Fabrika, Bohnen, ich weiß gar nicht, haben wir noch nicht mal reingeguckt, aber es sieht alles frisch aus und gibt es heute Abend. Musik Wir können nicht auf dem Seitenstreifen fahren, weil auch hier wieder der Weizen getrocknet wird, das haben wir, weiß ich nicht, vor ein paar Wochen schon mal gesehen, hier sind jetzt wieder riesige Weizenanbaugebiete und ja, wieder liegt der Weizen auf der Straße, direkt auf der Hauptstraße hier irgendwie, auf dem Seitenstreifen wird hier getrocknet, unglaublich wie, ja ich hab's ja schon gesagt, wie krass das ist, dann auch noch direkt an der Hauptstraße hier, ich mein, wie gelastet der Weizen hinterher ist, mit Gummi, mit Abgasen, mit, weiß ich nicht, mit all den ganzen Sachen, die hier irgendwie auf der Straße rumfliegen, Ja, guten Appetit! Die letzte Etappe heute bis nach Peking, ungefähr 100 Kilometer für heute und wir haben einen Warm Showers Host, bei dem wir noch nicht so viel Wissen haben, und er hat uns irgendwie direkt auf Facebook einfach angeschrieben, ich glaub, wir wissen noch nicht mal wie er heißt, oder? Heißt er, was kann jetzt? Ja, keine Ahnung, wir wissen wo er wohnt und das sind ungefähr 100 Kilometer, bevor es ist ein Auto. Und ja, wow, wir kommen Peking an heute, die Hauptstadt von China. Vielleicht. Die Luft wird wieder schlechter. Ja, die Luft wird wieder schlechter. Vielleicht irgendwie eine der bekanntesten Hauptstädte der Welt, würde ich schon sagen. Ja, ab und an streiten wir uns mal auf dem Weg und ja, das filmen wir normalerweise, oder das filmen wir im Licht, aber es ist nicht schön, wollen in dem Moment nicht die Kamera irgendwie vom Gesicht und anderen festhalten. Aber ja, es ist mir leid, dass sie dir gerade jetzt ins Volk gefallen sind. Und es sind, es war eine schwere Etappe, muss ich sagen für uns jetzt. Die, ja, allgemein China vielleicht, auch bei man jetzt eineinhalb Monate, sind wir fast jeden Tag knapp 100 Kilometer gefahren. Und wir merken das schon, dass wir richtig, ja, müde davon sind. Und wir sind dadurch auch jetzt mehr angespannt und reagieren aufeinander ein bisschen anders. Deswegen freuen wir uns jetzt auf Mongolei, wenn wir mehr Zeit haben und einfach langsamer fahren können und quasi weniger fahren müssen. Und ja, es ist nicht alles immer so einfach, wie man das auf dem Video sieht, aber meistens schon. Und das wollen wir auch zeigen. Wir wollen nicht zeigen, wie wir uns jeden Tag streiten oder streiten wir auch natürlich nicht jeden Tag. Wir sind irgendwie so zum Teil entstrengend körperlich und dadurch auch geistig, dass man einfach durchdreht und jede Kleinigkeit anders reagiert, als man normalerweise reagieren würde. Wir sehen heute in Peking ankommen, ein bisschen abschalten, Pause machen, körperlich erholen, gucken wir, wie es dann weitergeht. Für mich hat Peking irgendwie schon eine besondere Bedeutung. Mein Papa war vor, ich weiß gar nicht genau, ich weiß gar nicht genau, ich weiß gar nicht genau. Die Leute fahren hier einfach irgendwie vor uns, ohne zu gucken. Es ist einfach nur komplett bescheuert. Ich weiß auch nicht, was sie machen. Gut. Also für mich hat Peking schon irgendwie eine besondere Bedeutung. Mein Papa war vor, ich weiß gar nicht genau, irgendwie vor 35 oder vor 40 Jahren, glaube ich, als Seemann in Peking. Also, naja, halt irgendwie, was weiß ich, in irgendeiner Hafenstadt hier in der Nähe, irgendwie Peking ist er nicht direkt am Meer, aber auf jeden Fall hat er damals wohl irgendwie Zeit auch für einen kleinen Ausflug nach Peking. Und ja, als ich klein war, hat mein Papa dann immer über Peking erzählt, oder naja, nicht immer, aber irgendwie glaube ich schon ab und an mal. Wie er durch die verbotene Stadt gelaufen ist, wie er über die achtspurigen Straßen gelaufen ist, auf denen damals nur Fahrradfahrer unterwegs waren. Und ja, das hat mich schon irgendwie immer sehr beeindruckt. Und heute kommen wir in Peking an, mit dem Fahrrad, schon ziemlich cool. Freue ich mich auf jeden Fall auch sehr drauf, die verbotene Stadt zu sehen auch, da lang zu laufen. Und naja, über die achtspurigen Straßen mit meinem Fahrrad zu fahren, im wilden Verkehr Pekings. Schon andere Zeiten jetzt, aber ja, dennoch ziemlich cool. Mein Papa war schon vor Jahrzehnten da. Und jetzt fahren wir auch dahin. Wir sind in Peking angekommen. Sogar eine Stunde früher, als wir mit unserem Haus verabrieren. Und wir gucken jetzt in einem Laden nach ein paar Getränken. Jetzt hältst du auch deinen Finger vor der Kamera. Wo? Da so. War der nicht drin? Ja. So ist der drin, weiß ich nicht, so ist der nicht drin. Da habe ich gerade angeguckt, ich habe ein paar Bilder von Michael gemacht und überall ist mein Finger drauf. Und Michael meinte, es ist doch nicht schwer, das ohne Finger reinzubekommen. Und selbst? Ja, ja. Gucken wir, wie der Start so ist. Auf jeden Fall, die Reinfahrt war ein bisschen verrückt. Und alle fahren in alle möglichen Richtungen. Ich habe so ein bisschen gefilmt. Und ja, es gibt viele Fahrradwege, aber keiner achtet auf die warme Fahrradfahrer. So ist das. 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 Was hat der Fahrrad? Hm? Es ist sehr schwer. Ja, ich weiß es nicht. Nice. Ok, dann nehmen wir Science. How is it? Good? Heavy? Heavy. Mein ist ein bisschen leichter, aber ich bin auch leichter. Du bist in Englisch, du bist in Englisch. Mein Englisch ist in Englisch? So, das ist Ho, unser Host in Peking. Ne, der Typ nicht, sondern der da hinten auf dem Fahrrad. Und das war mal mein Vater. Er hat auch ein ganz cooles Bike, auch mit einer Rohloff vor allen Dingen. Das ist echt ziemlich cool. Okay, wir machen jetzt einen Ausflug zum Wachhauer Horst zum Nudelsuper essen. Und wir fahren einen coolen Motorbike. Wir haben natürlich vergessen die Kamera anzumachen als wir die gegessen haben. Wir haben einen super leckeren Pfannkuchen. Irgendwie so mäßig mit unterschiedlichen Füllungen. Wir haben so Frühlingsrollen quasi, die man nicht frittiert hat. War sehr, sehr lecker. Ja. Und jetzt fahren wir ein bisschen weiter. Ja. Und jetzt fahren wir ein bisschen weiter. Ja. 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 ein Ticket kann man am Tag nur kaufen. Ja. Wir haben auf jeden Fall ein Ticket begadet. Und sind sehr gespannt. Ja. Das war damals der Sitz des chinesischen Kaisers. Wurde im Jahr 400... Ne, 1400, ne? Ja. Genau. 1402 oder so, glaube ich, angefangen zu bauen. Und 1420 oder so war es dann fertig. Das heißt für... Ah ja. Ziemlich genau vor 600 Jahren, ne? Ja. Genau. Ziemlich genau vor 600 Jahren. Und seitdem saßen 24 chinesische Kaiser hier. Das war der Regierungssitz. Und für die normale Bevölkerung war es verboten, hierher zu kommen. Deswegen der Name verbotene Stadt. Und 1911 war die Revolution in China und der Kaiser musste abdanken. Und dann lebte er noch ein paar Jahre hier irgendwie mit seiner Familie in der verbotenen Stadt. Und ich glaube 1918 oder so wurde die Stadt dann für die Öffentlichkeit quasi eröffnet. Also vor 100 Jahren ziemlich genau. Und ja, jetzt heute sind hier so viele Menschen, das ist ziemlich abgefahren. Unser Wormshower-Host hat gesagt, es werden jeden Tag 80.000 Tickets verkauft. 80.000 Menschen jeden Tag hier. Ziemlich krass. Auf jeden Fall sehr beeindruckend. Eine der besterhaltensten mittelalterlichen Paläste der Welt. Oder vielleicht sogar der besterhaltenste Palast der Welt aus dem Mittelalter. Cool. Genau gegenüber von der verbotenen Stadt ist der Tianmen Square, der Tianmen Platz. Und am Ende des Platzes da hinten ist das Mausoleum von Mao. Das gucken wir uns aber glaube ich nicht an. Aber ja, wir laufen einmal über den Platz. Da ist der Eingang zur verbotenen Stadt. Auch mit einem Porträt von Mao. Es ist jetzt gut 30 Jahre her hier, als hier Aufstände waren, Proteste. Und, naja, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt hier alles erzählen sollte. Es sind überall Kameras, keine Ahnung. Könnt ihr ja mal googeln. Tianmen Square 1989. Ich glaube 4. oder 5. Juni? Ja, 4. Juni. 4. Juni. Yo. Ziemlich krass. Das ist Wu's Geländewagen. Und mit dem fahren wir jetzt irgendwie aus der Stadt raus. Sieht ziemlich wild aus, das Teil. Und das Beste, wir müssen Helme anziehen. Wann wir in der Barke sind. Wir sollen Helme anziehen, meint er, genau. Damit wird's durch den Kopf stoßen. Ich glaube jetzt noch nicht. Aber wir wollen halt irgendwie nirgends so ein Flussbett oder sowas fahren. Kein Plan. Da, da, da ... Da, da! Das ist auch hier echt ein richtiger Expertenverein, geil. Bis zum nächsten Mal.